Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fastbreak, dem Science City Basketball-Magazin Nachdem wir am Ende doch noch einen Krimi gegen Schlusslicht Tübingen erlebt haben und die Nerven sich so langsam aber sicher erholen, steht dem Hamsen-Team am Mittwochabend das nächste Kellerkind vor Die Eisbären aus Bremerhaven Und genau, davor ist ja noch ein Spiel, und zwar am 23.12. bei Alba Berlin Na, bei wem kommen da gute Erinnerungen an das letzte Jena-Gastspiel in der Hauptstadt hoch? Weitaus wichtiger für das Saisonziel sind allerdings die Punkte im Duell mit den Teams unten drin, oder? Diese Frage stellte sich unser Christsommer zumindest beim Training vor dem weihnachtlichen Doppelspieltag Advent, Advent, ein Lichtlein brennt Ebenso wie es die Stimmung in der Sparkassen-Arena am vergangenen Wochenende zum Duell mit den Tübinger Tigern tat Science City schaffte es trotz der Verletzung von Martinas, den Tabellenletzten als Verlierer vom Feld zu schicken und machte sich damit etwas Luft in Richtung BBL-Schlusslichter Während die Alba-Trosse nicht zu dieser Kategorie gehören, vervollständigt das Duell mit den Eisbären Bremerhaven die Tabellenkeller-Festspieltage Und schließlich sind es genau diese Spiele, die Science City gewinnen muss, will das Hamsen-Team in der obersten Spielklasse des deutschen Basketballs bleiben Zeit zum Entspannen findet sich da selbst an den Weihnachtsfeiertagen kaum Wir haben jetzt auch wichtige Spiele, auch wenn die Feiertage kommen Manche von den Jungs können nicht wirklich nach Hause, denn ich bin ja am 23. in Berlin Am 24. ist frei, aber am 25. geht es weiter mit Training, am 26. Training, am 27. Spiel, am 28. Training, am 29. Training, am 30. Spiel Also da bleibt wenig Fokus auf die Feiertage Ich bin da glaube ich schon ein bisschen glücklicher, weil meine Mutter nur in Weimar wohnt und meine drei Brüder dort sind und noch ein bisschen andere Familie So, dass ich da hin und herfahren kann, aber für manche von den Jungs fällt Weihnachten sozusagen aus Während die Mannschaft rund um das Fest mit den Partien in Berlin und gegen die Eisbären gleich zwei Chancen auf ein sich selbst beschenken hat erhielt der Chef an der Seitenlinie sein Spezialpräsent bereits vor gut einer Woche Science City verlängerte den Vertrag mit seinem Head Coach und das auf unbestimmte Zeit Eine eher ungewöhnliche Methode im Vereinssport, wo Mannschaften oft häufiger die Trainer wechseln als Lothar Matthäus seine Frauen Gleichzeitig aber auch ein Zeichen von Kontinuität in die Weiterentwicklung des Vereins, sowohl in seiner Infrastruktur als auch was das Budget des Profikars betrifft Das ist auch das, was ich möchte und will und ist Jena einfach meine Heimat, das muss man ganz klar so sagen Und mir fällt es natürlich sehr einfach, mich hier zu identifizieren mit dem Basketballprogramm, weil ich selber hier in der Schule war und in der Jugend gespielt habe Und mir das auch ein sehr wichtiger Faktor ist und eine hohe Motivation ist, um meine Arbeit bestmöglich leisten zu können Der erste Schritt in die Zukunft des Jenaer Basketballs ist mit der Vertragsverlängerung des Taktikfuchses also getan Und um im Tierreich zu bleiben, wer sich erfolgreich mit Kellereisbären anlegt, kann zum Jahresausklang auch ruhig den Wolfsbau aufmischen Den BBL-Jahresabschluss bildet für Science City übrigens ein Gastspiel ein wenig Saale abwärts am Silvestervorabend Ein weißenfelser Top-Zugschlag inklusive Bereits in der kurzen Winterpause sind hingegen die Jenaer Teams in den Nachwuchsbundesligen und der ersten Region Und so sieht es da aktuell aus Team Toro ist ja bereits seit dem RSV-Eintracht-Spiel am 10. Dezember in der Jahreswechselpause In der Relegationsgruppe 2, die über das Weiterkommen in Playoffs oder Playdowns entscheidet, überwintert die Science City U16 positiv überraschend auf Rang 2 Schon kurz nach Neujahr ruft aber die Flisch schon wieder Am 7. Januar kommen die Dresden Titans Team Tino hat sich nach drei Siegen in Folge mit einer schmerzlichen Pleite aus dem Spieljahr verabschiedet Zwei Wochen nach dem überzeugenden 99 zu 61 Heimsieg gegen Kreisheim Verlor die Science City U19 bei den Zauberlehrlingen mit 75 zu 79 Damit tauschten beide Teams die Ränge in der Hauptrundengruppe 3 Jena überwintert als Sechster und darf sich nun bis zum 21. Januar auf das Gastspiel beim ungeschlagenen Staffelprimus in Nürnberg vorbereiten Ruhe am Set! Ruhe bitte! Fastpray, klappe die Zweite! Und bitte! Für die Science City 2. kommt die Spielpause zu einem fast ein wenig ungünstigen Zeitpunkt Bei den Sponsor gesucht Zweitraketen feierte die Schreiber-Truppe mit 86 zu 70 den vierten Sieg in Serie Nur in den Anfangsminuten waren die Gastgeber vorn Dann trete die Jena Reserve auf und eilte zwischenzeitlich zweistellig davon Die Raketen kamen im zweiten Viertel nochmal auf einen Zähler heran, aber eben nicht vorbei Und so setzte sich die vom Quartett Smith Heber Kadashi Rahn angeführte Science City 2. bis Anfang des Schlussviertels mit 15 ab Von denen am Ende 10 Punkte übrig blieben Jena bleibt auch nach Saisonsieg 4, 13. und somit Vorletzter Ist aber nur noch ein Sieg von Rang 8 entfernt Science City 2 muss am 13. Januar beim 5. in Güßbach antreten Hoffen wir mal, dass die Serie auch nach der Spielpause noch Bestand hat Dafür drücken wir jetzt mal kurz die Daumen während der Werbung Et voila! Energiebündel sind unser Vorbild Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand Stadtwerke Energie Jena Pösnig Wenn Sie uns brauchen, sind wir da In Zeiten niedriger Zinsen, in denen Geldanlage immer schwieriger wird Und Wahrheiten von gestern in Frage stehen, braucht Geld Bewegung statt Stillstand Und Sie ein Partner, der weiß, worum es geht Deka Investments Ein Partner, der Kompetenz mit Verantwortung verbindet Der sich beteiligt, statt zu spekulieren Der Gesellschaft und Umwelt ernst nimmt, statt nur das Geschäft Ein Partner, der auf den internationalen Finanzmärkten genauso zu Hause ist, wie in der heimischen Wirtschaft Dort die attraktivsten Anlagechancen entdeckt Und mit Fonds, Immobilien und Zertifikaten die gesamte Palette moderner Produktlösungen bietet Der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und weiß, was Sicherheit bedeutet Ein Partner, der stets aufs Neue beweist Hier ist Ihr Geld in den besten Händen Jetzt in Ihrer Sparkasse Die Deka-Initiative Anlegen statt Stilllegen Deka Investments Neue Perspektiven für mein Geld Leben Sie Ihren Wohntraum Unbeschwert und ruhig Das Wohnquartier Nordlichter 2 bietet Ihnen in 78 Wohnungen verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser Alle Vorzüge einer modernen Stadtwohnung mit Nähe zum idyllischen Grün Ihr Wohntraum von der Einraumwohnung bis hin zum 5-Raum-Familiendomizil Durch die bestens ausgebaute Infrastruktur und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie ein breites Angebot an Freizeit und Kultur bieten Ihnen die Nordlichter 2 die Basis für ein sorgenfreies und abwechslungsreiches Leben Für euer Leben, das ständig vernetzt und always honest, gibt es nur eine Antwort. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always honest, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit Pures Entertainment Und pure Flexibilität Eure Verbindung ist Pure Weltverbesserer bekommen Rückendeckung bei uns mit 100% grünem Strom Stadtwerke Energie in Apösnik Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Willkommen zurück mit brandneuer Spielervorstellung Nach Derek und Max steht diesmal ein Neuzugang im Fokus, der in den vergangenen 2 Pro A Spielzeiten in Diensten der Trier Gladiatoren überzeugte und sich in der Saisonvorbereitung seinen Platz im Science City Team erkämpfte. Meine Damen und Herren, hier kommt unsere Nummer 32 Ich bin Branden Spearman. Ich bin 26 Jahre alt, 6'3 und ich spiele für Science City Gainer. Ich bin aus Chicago, Illinois. Ich bin in der ersten Jahre alt, vielleicht als ich in Pampers bin. Ich bin aus einer Familie, wo Sport ist all around uns. Mein Vater war wirklich well-known in der Chicago area für Basketball. Und ich bin in love with Sport. A lot of the guys, a lot of the older guys, say I play just like them. Und es ist etwas, was ich mich zu machen, weil mein Vater inspired mich. Und es ist etwas, das ist ein Person, das ich mich zu sehen. Ich hatte NBA dreams growing up, aber, you know, everybody can't make it to the NBA. So, you know, I wanted to experience my professional basketball career here in Europe. I had a German teammate in college. He told me how the culture is over here. So after college I made a decision that I'll be playing here in Germany. So far so good. I'm happy with my decision. My time in Trier was lovely. It's an unforgettable place. I came here to play here for Science City because they're in the first league. It gave me a good chance to show my skills against some of the top guys here in Germany and also all around the world. I had other offers in other countries that I could have accepted, but I didn't. I wanted to stay here in Germany. I was on the tryout period here in Jena, but the tryout went fine. And, you know, it was nothing but hard work in the preseason. I mean, how many niggas is cheesy? Y'all mean, it's just not so easy. Zoran is a smart coach, you know, and that's a coach that I want to play for. We first, I first ran into him in the Pro A when we was playing you guys in the playoffs. And obviously you guys won and moved up to the BBL that year. And ever since then, you know, I love the crowd here. You guys love basketball and I just want to come be a part of that. All the great leaders, Derek and Drew and Mack, like, them great guys, you know. Those guys have a lot of experience and honestly, I'm like a sponge. I just suck it, suck it all in. You know, just hearing, you know, watching them play, watching them come to practice every day, putting in the word. And I just watch and they deserve and I just watch their steps and I just follow right behind them. I do have personal goals, but, you know, right now I just want to get on the floor and show and work as hard as possible every time I get, you know, get on the floor. And every game is different, you know, every game is not going to be the same and I know that. So, you know, every time I get the chance to get on the floor, I just go out there and give me my best. Whether I'm starting or coming off the bench, I just want to give it a hundred percent. Leute, es wird mal wieder Zeit, Preise abzustauben. Doch zunächst die Auflösung vom letzten Gewinnspiel. Julius Wolf ist zurück. Gewusst hat das Sebastian Marx. Zwei Tickets für Bremerhaven sind damit deine. Mal schauen, wer die nächste Frage beantworten kann. Welche Laufzeit hat der neue Vertrag den Science City Head Coach Björn Harmsen vor wenigen Tagen unterschrieben? Ich weiß es. Okay. Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an. Aktion at jena.tv.de Zu gewinnen gibt es diesmal zwei Tickets für das Heimspiel gegen die Basketballlöwen Braunschweig am 4. Februar 2018. Ein Sinneschluss ist Sonntag, der 21. Januar 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Damit noch nicht genug, gibt es obendrauf eine neue Ausgabe von TomTom, das BBL-Navi. Spieltag 15 steht an und die mitteilsamen Hashtag-Freunde Tom und Tom fordern euch wieder mit ihren Tipps heraus. Für manche Clubs wird es am zweiten Weihnachtstag ernst und so manche Ergebnisse könnten überraschend ausfallen. Also macht mit, per Mail oder via Facebook. Teilnahmeschluss ist am 26.12.14 Uhr. Alles weitere seht ihr jetzt. So, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von TomTom, das BBL-Navi. Nach dem dreckigen Dutzend in der letzten Woche sind jetzt die glorreichen Sieben dran. Nach dem dreckigen halben Dutzend. Halben Dutzend, genau. Genau, auch Moin von mir. Wir starten wie gewohnt mit der Auflösung vom letzten Mal. Und zwar hat sich da quasi auf der Zielgeraden ein Duo herauskristallisiert. Dann ein bisschen Losglück ist es Alexander Till geworden. Glückwunsch, das Walters Altherrengedeck gehört da mit dir. Und dazu ist es auch ziemlich eng in der Gesamtwertung geworden. Ja, da kämpfen so mit ein bisschen Glück, haben 10 bis 15 Leute noch die Chance auf den Halbjahresgewinn. Mega-Gewinn. Mega-Gewinn. Wir verraten immer noch nicht, aber es lohnt sich, ihr Lieben. Das ist sozusagen eine BSP. Mehr will ich dazu nicht sagen. Best Seed Portable. Hab ich mir überlegt. Nicht lang schnacken, wir fangen an mit dem Spieltag. Und zwar unter dem Motto, heute schon an morgen denken. Das heißt, wir gehen nicht auf den wirklich nächsten Spieltag, sondern auf den nach dem Fest. Also 26. und 27. Dezember. Das sind sieben Partien am Start. Und Partie Nummer eins heißt... Braunschweig gegen Mehdi Bayreuth. Schönes Ding, Überraschungssieg. Also ein bisschen überraschend, was Braunschweig in den letzten Wochen durchaus mit hinbekommen hat. Hat jetzt ein bisschen überraschend, ähnlich überraschend auch verloren gegen Gießen. Ja, auch da allerdings, muss man sagen, da war dann mal die Brachialgewalt von John Bryant einfach auch wirklich mal schuld. Ja, beim Triple-Double vorbei. Das wäre das erste seit ungefähr sieben Jahren gewesen, der BBL. Wahnsinn. Ähm, insofern bei Bayreuth ist der gute Ägypter zurück. Also Marei. Der wird der Mannschaft gut tun. Deswegen gehe ich auf den Auswärtssieg. Sorry, Frankie. Was sagst du? Walk like an Egyptian. Ähm, ja. Ich würde sagen. Welche Differenz? Ich bin so bei minus 8. Denke eher zweistellig, minus 12. Ja? Okay. Dann einigen wir uns fast noch mit auf minus 11. Okay. Okay. Super. Super. Dann kommen wir zum Sport1-Live-Spiel. Ja, es gibt mal wieder Basketball im Free-TV. Für alle, die kein Telekom-Basketball haben. Ähm, und zwar haben sich die guten Kollegen von Sport1 überlegt. Mensch, lass uns doch mal Frankfurt-Tübingen zeigen. Kracher. An dem Spieltag auf jeden Fall. Platz 4 gegen 18, zumindest nach jetzigem Stand. Ähm, ja. Tübingen hat sich in Jena 30 Minuten recht ordentlich präsentiert. Unglücklicherweise aus deren Sicht die ersten 10 Minuten nicht. Und von daher war dann irgendwie hinten raus nicht mehr so viel Zeit, dass wir das Ding hätten noch zu Ende drehen können. Wir hatten Olli Clay mit seinem Dreier nicht auf der Rechnung. Ja, wer hatte das schon? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht mal Olli Clay selbst. Leichtes Schmunzeln nach dem Wurf. Ja, völlig zu Recht. Ähm. Klarer Heimsieg. Denk ich auch. Denk ich auch. Plus 15. Ja, geh ich mit. Geh ich mit. Plus 15. Okay. So, dann wären wir auch schon bei unseren Nachbarn aus Erf gegen Würzburg. Erf gegen Wü. Erf gegen Wü. Ähm. Bei Würzburg ging es in letzter Zeit, also starker Beginn zum Saisonplatz. Oder die Polter. Mit Bormann. Und dann ging es ein bisschen bergab. Jetzt hat Robin Benzing sich auch das erste wirklich Low-Point-Game geleistet. Ist deswegen auch nicht mehr Topscorer der Liga. Sondern ein verletzter Philips Krupp ist jetzt auf 1. Also man kann auch im verletzten Dasein auf 1 rutschen. Nicht so schlecht. Ja, für alle die... Kein richtiger Krupp. Ähm. Nichtsdestotrotz. Klarer Auswärtssieg. Ähm. Ja. Ja. Also knapp. Knapp mit einem Zwei-Forn. Also knapp nicht mit einem Zwei-Forn. So hätte ich das auch gesehen. Wunderbar. Partie Nummer 4. Die beiden Gs gegeneinander. Eilchen gegen 46ers. Göttingen gegen Gießen. Gießen. Ja. Äh. Auch da. Also was Göttingen macht, ist immer schwer vorherzusehen. Die haben echt gute Spiele, vor allem zu Hause. Dann haben sie ganz, ganz maue Spiele, vor allem auswärts. Wenn die Partie Göttingen gegen Gießen heißt, heißt Göttingen spielt zu Hause. Von daher eher mit einem stärkeren Team zu rechnen. John Bryant hat nicht immer einen Sahnetag. Der wird sich bestimmt noch zwei Wochen ärgern, dass er das Pribble-Double verpasst hat. Wird deswegen nicht so gut drauf sein, würde ich sagen. Plus sieben. Und dann verliert Gießen mit sieben. Das... Jo. Find ich gut. Gut. Kommen wir zum noch amtierenden Meister. Bamberg. Ja, nochmal gucken. Ich meine hinten raus. Am Ende kackt die Ente. Ja, 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 ja. Aber ähm... Bitte nicht Frank Buschmann zitieren. Am Ende ist die Ente fett oder so. Ja. Ja. Ist die Wurst alle. Ja, genau. Die Wurstpelle ist aufgeplatzt. Ähm... Ja. Bamberg zu Hause gegen den mitteldeutschen BC. Die echt Gefallen daran gefunden haben, Overtime zu spielen. Ja, ich glaube das war jetzt schon die vierte. Vielleicht werden sie dann besser bezahlt beim NBC. Keine Ahnung. Mal gucken. Ähm... Ja. Giorgio Pantelic hat sich wieder erholt von diesem kurzen Zusammenprall. Der dürfte also auch wieder fit sein. Von daher allerdings ist die Brachialgewalt... Klarer Heimsieg, 22. Ja. Ich denke auch. Also ich denke auch, dass der Ausrutscher in Oldenburg von Bamberg jetzt ähm... 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 dem äh... äh... dem Spielplan der Brose... äh... 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 letztendlich äh... geschuldet ist. Weil innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Wochen gefühlt 18 Spiele ist das schon ziemlich derbe. Ja, die haben ja jetzt auch nochmal Europa aber ähm... ähm... nicht mehr ganz so kumuliert. Ähm... ähm... Von daher... Ja, Heimsieg hat man gesagt. Schon eine Differenz? Hat man schon was festgelegt? 22. 22. Okay. Es könnte ein bisschen derbe werden an dem Spieltag, so wie es aussieht. Ähm... Kommen wir zum 27. Da sind jetzt noch zwei Partien. Und die erste lautet Ludwigsburg gegen Bonn. Beide Teams international unterwegs. Dazu Ludwigsburg auch nochmal in der Liga. Vorher. Ja... Das ist ein enges Ding, denke ich. Wobei Ludwigsburg hat äh... Bayreuth ganz schön mit mit Bayreuth ganz schön die Halle ausgewischt. Das ist äh... Das war halt schon ziemlich überraschender von der Differenz, ne? Ja, auch vom Offensivergebnis von Bayreuth sehr überraschend. Weil, ich meine, die waren jetzt in der Saison bislang, klar, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber ähm... 47 Punkte nur zu machen... Das ist schon... Und auch 50... Äh... Lupo Favorit? Ja. Aber kein Blowout. Oder? Ich bin gespannt. Die spielen gerade zu Hause auch sehr, sehr stark. Ähm... Plus 50? Nein, machen wir nicht. Nein, 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 nein. Äh... Ja, ich... Mit Aachenkrach einstell' ich. Neun? Ja. Gut. Mal neun. Plus neun. Und dann... In Tradition soll man nicht brechen. Abschließendes Spiel. Jena gegen Bremerhaven. Wieder ein Team von unten? Ja. Ist das gut? Ja. Also, meinst du jetzt Jena, oder? Ja. Ein angedeutetes Kellerduell. Ich denke, Bremerhaven steht zu Unrecht da unten. Haben am ersten Spieltag Alba geschlagen. Haben gezeigt, was geht. Ähm... Am letzten Spieltag sah es nicht so gut aus. Ähm... Und Bremerhaven war letztes Jahr ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Für seinen City. Beide Spiele verloren. Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte wie gegen Gießen. Also das wird schon haarig. Also richtig haarig. Fast so wie bei dir im Gesicht. Doch so haarig, ja? Ei, ei, ei. Na dann... Also plus zwei würde mir aus vollkommen reichen. Hauptsache die Punkte bleiben da in... In der Sparkasse nachher. Okay, na gut. Ich hätte jetzt noch sagen können, dass Bremerhaven... Okay, gut. Die haben bei Alba gewonnen. Und ansonsten noch gegen Tübingen. Und sonst noch nichts weiter gerissen. Aber die haben eben auch, glaube ich, fünf, sechs, sieben Spiele mit maximal fünf Punkten Differenz verloren. Von daher... Kommt einfach mal noch eins dazu und dann sag mal plus zwei. Ja. Alles Klärchen. Hauptsache Sieg. Dann sagen wir plus zwei. Das wäre Spieltag 15. Kurz nach Weihnachten. Mitmachen könnt ihr wie immer per Kommentar unter den Facebook Post. Per persönliche Nachricht. Per E-Mail an. Aktion at jenatv.de Langsam kommst du rein. Das ist sehr gut. Und die Runde gilt wieder bis zum eine Stunde vor Tipp auf der ersten Partie. Das wäre am 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag 14 Uhr. Diesmal ist ein bisschen mehr Zeit. Aber... Ja. Es geht ja auch um was. Wie gesagt. BSP. Und der Hoodie. Im Übrigen, der Hoodie ist noch nicht weg. Also es gilt nach wie vor, der blaue Jena Never Stops Hoodie steht noch im Angebot. Wer zuerst drei Differenzen an einem Spieltag richtig hat, schließt die Tendenz ja mit ein. Schließt doch mit ein, ja? Ja, ja. Geht mit dem Hoodie nach Hause oder holt ihn sicher ab. Und dazu gibt es natürlich wie immer auch einen Tagespreis von der Sports Bar Markt. Und das wär's damit. Dann wünsche ich ein frohes Fest. Ja, schöne Weihnachten. Und... Lasst euch beschenken und verprügel den Weihnachtsmann nicht. Das stimmt. Und wir sehen uns dann mit einer neuen Episode erst gegen Ende Januar wieder. Ja. Genau. Also gefühlt nach einem halben Jahr. Oh Backe. Na dann. Rutscht gut rein. Und ich geh jetzt glaube ich eine Runde Super Nintendo spielen. Geilo. Prost. Salut. In der letzten Sendung rutschte Thorsten Rothämel von seiner angestammten Fastbreak-Position im Wörterbuch in unserem Pure Talk als Experte. Diesmal, und deswegen sorry an alle Toro-Fans, ist der sympathische U16-Coach nicht am Start. Aber interessant wird das jetzt trotzdem. Denn diesmal hat Mikroschwenker Tom einen gewissen Farsin Hamzai vor das Mikro bekommen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pure Experten Talks. Und heute neben mir Farsin Hamzai. Farsin, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank. Du bist ja ein bisschen, hast ja ein bisschen weniger Präsenz seit diesem Sommer bei Science City. Warst vorher ja in einem speziellen Amt. Erzähl doch mal. Ja, ich war zuständig für die zweite Mannschaft von Science City Jena. Wir sind im ersten Jahr, haben wir gegen Abschied gespielt. Im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen in die erste Regionalliga aus der zweiten Regionalliga. Und letztes Jahr haben wir sensationell sozusagen den sechsten Platz geschafft, unerwartet mit vielen Siegen. Warum bist du dann jetzt nicht mehr Trainer der zweiten? Wir hatten unterschiedliche Auffassungen, wie es weitergeht. Aus meiner Sicht, da ich auch sehr ehrgeizig bin, möchte ich natürlich den nächsten Schritt gehen. Und kurzfristig sozusagen die Pro-B-Mannschaft in die Pro-B zu führen. Der Verein hat sich entschieden, tatsächlich einen anderen Weg zu gehen und eher eine Konsolidierung zu fahren. Was ich auch gut verstehe. Denn tatsächlich, wenn man in die Pro-B aufsteigen möchte, dann braucht man auch das gewisse Kleingeld. Und im Moment ist es nicht machbar. Aber ich glaube, mittelfristig bis langfristig muss man schon schauen, wenn man junge Spieler national und international holen möchte, dass sie sich über eine Pro-B oder eine Pro-A-Mannschaft empfehlen für die erste Liga. Dem Verein, also Science City, hast du im Sommer aber trotzdem den Rücken nicht gekehrt. Du hast jetzt eine andere Funktion. Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Denn der Verein möchte tatsächlich die Qualität in der Jugendarbeit noch weiter verbessern. Spieler, die ins JBBL kommen, also Jugendbasketball-Bundesliga, da erwartet man eine höhere Qualität an Spielern. Denn mittel- und langfristig wollen wir schon einer der ersten Adressen sein in Deutschland, die in der Jugendbasketball enorm professionell agiert. Und deshalb habe ich mich entschieden, die U14-Mannschaft zu machen. Das ist genau der Jahrgang, der kurz davor steht, ins JBBL reinzugeben. Wo steht denn Jena, was so U14, U15, U16 anbelangt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg, wo wir stehen, wenn wir erst im Mai, Juni wissen, wenn die süddeutschen Meisterschaften, deutsche Meisterschaften absolviert sind. Wir haben uns entschlossen, tatsächlich um eine höhere Qualität herbeizuführen, auch eine europäische Euroleague zu spielen, europäische Spiele zu absolvieren. Wir haben das erste Turnier schon absolviert. Es war fantastisch für die Jungs, weil sie erst mal anders Land kennenlernen, andere Sprache, andere Umgebung. Dann haben wir im ersten Spiel richtig einen auf den Deckel bekommen. Und was mich ganz stolz gemacht hat, dass die Mannschaft reagiert hat und die Intensität erhöht hat. Und genau das ist der Effekt, den wir erzielen wollen. Das zweite Turnier steht auch schon an im Januar. So, dass wir im Endeffekt eine höhere Qualität und Leistungssicht auch erreichen wollen. Mal ganz kurz zu dir persönlich. Was machst du eigentlich, wenn du nicht an der Seitenlinie die Jugend coachst? Ja, ich bin Arzt und arbeite als Arzt in der Modelsklinik Bad Kostel-Lausnitz. Ich habe auch einen Forschungsauftrag an der Uni. Und beides sind sehr reizvolle Aufgaben und mache ich auch sehr leidenschaftlich, genauso wie ich Basketball leidenschaftlich mache. Und das sind so meine Hauptaufgaben. Hauptaufgaben sind ja klar verteilt. Jetzt vor dem Weihnachtsfest ist eigentlich ja nur noch die erste Mannschaft in der WBL unterwegs. Da gibt es noch ein Auswärtsspiel bei Alba Berlin und dann ein Heimspiel gegen Bremerhaven. Gerade gegen Bremerhaven. Wieder eine englisch umkämpfte, zum Teil manchmal auch ein bisschen rabiat geführte Partie gegen Tübingen. Oder was erwartest du davon? Genau das Gleiche. Ich glaube auch, das wird ein hartes Spiel werden, wenn die Erwartungshaltung da sein sollte, dass man gegen Bremerhaven einfach mal so darüber geht und sie mit links sozusagen abserviert. Das wird es nicht sein. Sie werden kämpfen um jeden Zentimeter auf dem Boden. Und den Kampf muss man annehmen. Das wird vielleicht ein hässliches Spiel, aber ein sehr wichtiges Spiel. Deshalb sollte man die Mannschaft unterstützen. Egal wie das Spiel auch läuft, ob schöne Dunks sind und hinter den Rückenpässe oder sonstiges. Das spielt im Endeffekt keine Rolle, sondern die zwei Punkte. Weil beide Mannschaften gegen Abschieb schieben. In diesem Sinne. Dann hoffen wir mal, dass das auch klappt. Fasin, ich danke dir für deine Zeit. Ebenfalls. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen leider schon zum Endsport der heutigen Ausgabe. Wie? Natürlich mit einem Blick auf die unterkühlten weißen Teddys aus der Exklave des kleinsten deutschen Stadtstaates. Eisbären Bremerhaven. Mit neuem Coach raus aus dem BBL-Keller. Basketball wurde in der gut 110.000 Einwohner Stadt an der Nordsee bereits in der ersten Hälfte der 80er Jahre schon einmal auf Zweitliganiveau gespielt. Doch danach fehlte beim OSC das Geld. Der Zusammenschluss mit dem SFL zur BSG 1991 verhinderte ein Versinken der Sportart in der Bedeutungslosigkeit. 97 kam der Kampfnahme Eisbären ins Spiel. Unter diesem gelang 2000 die rückkehrende zweite Liga. 2005 sogar der Aufstieg ins Oberhaus. Dort blieben die Ursus-Maritimus-Freunde bis heute, auch dank einer Wildcard 2009. Der einstige Playoff-Stammplatz ist aber schon länger futsch. Denn die vergangene Spielzeit beendeten die Nordlichter zum sechsten Mal in Folge auf einem Rang irgendwo zwischen Gut und Böse. Im Sommer wurden mal wieder viele Spielerbausteine ausgetauscht, immerhin sechs durften bleiben. Gebracht hat's bis auf den Achtungserfolg am zweiten Spieltag bei Alba und dem Heimsee gegen Tübingen nix. Auch weil alle anderen knappen Dinge an die Konkurrenz gingen. Mit Trey Bassi legten die Eisbären im Kader nach. Nach gerade einmal 2 aus 13 musste Coach Machowski drei Tage vor Weihnachten trotzdem gehen. Unter seiner Regie hatten die Eisbären im bislang letzten Gastspiel in Jena mit 91 zu 71 gesiegt. Zur Pause standen die Nordlichter bereits bei 55 Punkten. Überragend waren Dix und Smodric, beide gingen aber im Sommer. Ganz neu auf der Eisbären-Trainerbank ist Arne Woltmann. Der frühere Kölner und A2-Code schaffte im Sommer in seiner Geburtsstadt eigentlich den Sprung weg vom Court ins Management. Jetzt darf er beides machen. Impuls und Strukturgeber auf dem Feld wird aber auch nach dem Trainerwechsel Jordan Hals sein. So mau die Teamstats sind, so beeindruckend sind seine. Eine Traumquote von der Linie und ein starker Mix aus Treffen und Assists sammeln machen ihn zum effektivsten Spieler des Teams. Beim Scoren hat allerdings Johnny Bahama-Maskill die Nase ein wenig vorn. Der ausgewiesene Downtown-Spezi überzeugt auch aus dem Zweierland. An seinem Ruf als guter Verteidiger muss der Kanadier aber noch arbeiten. Zurück an alte Wirkungsstätte kommt Lars Wendt. Nach drei Jahren für Science City ging er im Jena-Aufstiegssommer zurück in den heimischen Norden. Im finalen Drittel der vergangenen Saison war Lars bärenstark. Doch aktuell ist neben Hals nicht viel Platz. Erst recht nicht bei nur 1 von 16 von außen. So ihr Lieben, das war unsere vorweihnachtliche Ausgabe von Fastbreak und die letzte 2017. Ein paar Spiele stehen noch an. Alba Berlin, Eisbären Bremerhaven und der MBC. Das sind auf jeden Fall noch ein paar spannende Schmanker, bevor wir das neue Jahr begrüßen können. Also keine Chance der Weihnachtsträgheit und am besten live unsere Jungs anfeuern. Das Fastbreak Team sagt schon mal Ho Ho Ho, viel gutes Essen und natürlich Liebe und einen geschmeidigen Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder kurz vor dem Heimspiel gegen Braunschweig. Bis dahin, Ahoi und Jena never stops. Bis dahin, Ahoi und Jena.